Ob man mit 275 Jahren noch fit sein kann? Na klar! Wie das geht? Indem man viel reist, regelmäßig frische Luft genießt, indem man Partnerschaft liebt und die Leidenschaft liebt, indem man die Vergangenheit ruhen lässt, aber Traditionen weiterlebt. Wie man sich mit 275 Jahren noch jung fühlen kann? Indem man das Optimalgewicht hält und das jeden Tag. Indem man Abenteuer sucht und diese meistert. Indem man dankbar ist, auf sich achtet und nachhaltig denkt. Indem man den eigenen Anspruch an sich nicht verliert, die Dinge immer etwas besser zu machen, als sie eigentlich sein müssten. Wir sind 275 Jahre und wir streben nach permanenter Exzellenz.